Der Uhrzeiger oder die Kompassnadel ist ein weiterer Haltegriff, um den Gegner auf dem Boden zu halten. Doni liegt auf dem Rücken, ich sitze neben Donis Kopf. Ich lege mich auf ihn drauf und greife den Gürtel. Meine Füße strecke ich nach hinten aus und mache sie ganz weit auseinander und bin wieder auf den Fußzehnen wie ein Sprinter. Nur kann ich Doni festhalten und wenn er sich bewegt, drehe ich mich mit. Wichtig ist, dass ich nicht auf seinem Kopf liege, sondern neben seinem Kopf.